Das war natürlich auch ein schöner Blondinenwitz. Wie hieß denn diese Show noch, wo diese Dinger da am Band waren? Diese Dinger am Band? Werden die Dinger am Band? Dann haben wir... So, ein Hund. Lenk mich ab. Welche Dinger am Band? Ja, diese Dinger, die man sich da merken musste. Wie heißt denn diese Sendung noch? Helf mir doch mal. Es muss Düsseldorf sein. Es muss einfach die Fortuna sein. Kind oder Junge, was ihr dann haben wollt. Pardon? Na, 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 na. Verholt mal, was ist denn da los? Das waren die Spülern. Wo diese Dinger da am Band waren. Seht ihr das auch so ein bisschen verschwommen wie wir gerade? Oder sind wir besoffen? Wie hast du das gemacht? Werden die Dinger am Band? Am laufenden Band, Mann.